Mist. Moin Mädels, moin Jungs. Mein Name ist Katja de Kalikoszynski. Aka Bernd. Ja. Ich bin Brot. Aber was für eins. Und ich bin noch nicht belegt. Wollte ich sagen? Arigato. Story-Modus. Wir spielen kurz das Tutorial. Bewegen. Ach du Scheiße. Was? What is the Steuerung? Ach du Scheiße. Das ist ja ein richtiger Krampf. Oh nein. Ich habe schon keine Lust mehr. Ey das ist voll der... Ich kriege hier voll den Finger Kasper. Oh nee. Schubsen? Ich muss da näher ran. Oh falsche Richtung. Langsam habe ich es raus. I like to move it, move it, move it. I like to move it, move it. I like to 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 move it. Wenn du dich nicht mit den Ecken festhältst und den Stick am Gameplay bewegst oder mit der Maus ziehst, kannst du dein Brot leicht anschubsen. Oh, praktische kleine Bewegung. Ich hätte damals beim Kicker echt nicht mehr verlangen sollen, bin ich ehrlich. Dann wäre ich jetzt nicht in dieser Scheiße gelandet. Aber guck mal, wie ich das schon drauf habe hier. Ich bin einfach ein Profi-Brot, Alter. Ordentlich beschmiert. Klettern? Oh nein. Klettern ist eine wichtige Fähigkeit für jedes Brot. 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 Behalte deine Greifenanzeige im Auge, ehe du tollkühle Kletteraktionen in Angriff nehmen willst. Es gibt viele verschiedene Klettermethoden. An der Wand sind zwei Beispiele zu sehen. Yeah, bui. Oh lol. Warte mal, wir müssen da nochmal eben rüberflatschen. Ah ja. Oh lol. Ah, die ist kaputt gegangen. Oh no. Ja, aber ich wüsste auch jetzt nicht, warum ich als Brot eine Flasche. Weißt du was? Ich weiß jetzt genug. Schön Erdnuss-Butter. Ich bin ein leckerer, leckeres Brot. Jetzt in den Story-Modus. Heute ist Montag. Ne, heute ist Mittwoch, 19 Uhr. Die Therapie-Scheune. Hier will man nie mehr weg. Hä? Was? Der Merton verbrachte den Großteil der Sitzung im Gespräch über seine Vergangenheit. Ich bin scheiß Brot. Was interessiert mich der Merton? Yeah. Werde Toast. Warum läuft da ne Zeit? Also ich muss jetzt irgendwie da hinten ist der Toaster. Und ich bin Kalle das Brot. Ich sag ja, damals im Kieker war alles einfacher. Oh shit. Alter, ich bin ein richtig hartes Ding, Alter. Ich bin richtig hart geworden. Alter. Was? Nein. Nicht die Puder. Alter, warte mal. Kann ich mir hier schön Jelly ranschmieren? Ich kann Jelly ranschmieren. It's Peanut Butter Jelly Time. Nice. Warte mal. So. Das passt besser. Und weiter geht's. Shit. Shit. Ich bin noch zu 100% genießbar. Ich bin immer noch ein leckeres Stück Brot. Mit Jelly. Alter, hier ist mein Nippel. Oh shit. Oh no, meine genießbarkeit geht flöten. Ah. No. Ich bin lecker. Ich bin lecker. Okay, safe. Safe. So. Jetzt wird erstmal geklettert, Leute. Jetzt wird erstmal geklettert. Shit. Oh yeah. Oh yes, baby. We go to the toaster. We gotta be toasted. Ah. 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 Oh no, 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 no. Not on the floor. Ei. Ei. Alter, wie ich hier E-Sport betreibe. Warte mal. Recht. So. So. Buh. Das steht halt immer dran. Ah. Alter. Was? Nein, man greift. Ein Modus ist vorbei. Oh mein Gott. Auf die Eier. Oh scheiße. Ich bin richtig voll gesauen mit Ei und Alm. Oh nein. Oh, ich muss ja noch viel weiter. Ah. Alter, warum sind die Käfer auf der Wurst? In Wurst sind Vitamine drin. Das sind doch diese Ikea-Plates. Die habe ich auch zu Hause. Wow. Alter. Richtiger Backflip, Alter. I love toast. Oh scheiße. Also ich denke mir halt, ich würde hier über den Kühlschrank. So. Nein. Nein. Das ist doch... Lass doch mal los. Hallo. Ich komme gar nicht klar auf mein Leben gerade. Now we got him. Wir müssen jetzt hier hoch. Das ist das Letzte, was wir tun. Scheiße. Wir können noch höher hinaus, ne? Wir können einfach noch... Nein. Nein. Das ist doch nicht wahr. Alter. Jetzt habe ich diese ganzen Scheißdinger da mitgenommen. Wie habe ich die denn... Wie habe ich die denn durch... Hä? Wie habe ich die denn durch das Ding gezogen? Oh nein. Jetzt haben wir einen Lauf. Scheiße. Wir aussehen. Na zack. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Oh baby. Oh baby. Das geht jetzt ja richtig. Flooooot. Ei, nee. So, wir dürfen nur nicht loslassen. Ey, der macht das automatisch. Ich muss auch auf mein Greifenlevel gucken. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Mann, das ist doch nicht... Wir sind einfach Spider-Man. Wie haben wir das jetzt geschafft? Ah, nein. So, wie machen wir das jetzt? So. Ich kann das... Oh mein Gott. Jetzt haben wir es. Pass auf. Ja! Ah! Ah! Hey, das ist exciting. I'm sorry for screaming, aber it is what it is. Versteht ihr, wie ich meine? Pass mal auf, ich schmeiße ihn jetzt hier richtig runter. Weg. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Wie habe ich das denn gekriegt? Ich sitze hier in einem Marmeladen-Brotkostüm. Du hast noch Ernst, Bruder. Alter. No, no, no. Ich muss hier runter. Lass mich runter. Ah, sterbe! Ich bin nicht toast. Ey, wir werden jetzt toast und wenn es das letzte ist, was wir werden. Ach so, dann habe ich jetzt keine... Ach, warte mal. So. Neues Toast, neues Glück. Keine Jelly. Heute, keine Jelly. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich clean auf die andere Side of Life komme? Oh mein Gott, das war so schlau von mir. Und dann habe ich es verkackt. Uh. Yeah. Alright. Wir sind aber auch ein starkes Brot. Also wir sind wirklich strong. So wie wir hier die Sachen kaputt machen können, du. Uh. Wir müssen es über den Kühlschrank versuchen. Aber ich denke mal, diesmal schaffen wir es. Bumper ist oben. Und jetzt geht es los. Oh mein Gott. Speedrun. Ja. Wir schubsen jetzt ganz entspannt hier diesen Karton erstmal runter. Oh no. Ja. Ah. Oh Jesus. Okay, hier ist jetzt Water drin. Da hinten ist eine heiße Herb, Leute. Ja. Ja. Ah. So, 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 so. So. Und runter. Ah. Jetzt löppt der Lachs, ne? Wir wackeln uns hier schön auf die Mikro, alle. Wackel mit dem Po. Wackel, wackel mit dem Po. Wackel mit dem Po. Wackel, wackel mit dem Po. Perfekt. So macht man's. Wir haben 65% Niceigkeit, aber dafür 100% Kalle. Ich glaube, ich wackel mich hier wieder runter. Okay, und jetzt Speedrun. Wir sind drüben. Wir sind drüben. Uns kann jetzt nichts mehr passieren. Jetzt nur ruhig bleiben. Alles, was wir jetzt wollen, ist richtig nice, knusprig werden. Kann schon riechen. Hä? Geh doch rein da. Hä? Wie komm ich denn jetzt ins Toast-Ding rein? Hä? Ja. Ja, ja, ja. So, jetzt wackel ich mich hier rein. Das muss doch irgendwie gehen. Ich werd halt so nicht gebacken, ne? So wird's nix. Muss ich da irgendwie so reinjumpen? Nein! Scheiße! Fuck! Oh, was? Hatsch, 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 hatsch! Ey, das gibt's doch nicht. Da kann ich von der Wand da so rauf springen. So, das müsste... Theoretisch? Ah! Ich muss halt runtergucken. Auch Ego-Perspektive. Ich will doch einfach nur getoastet werden, Mensch. So. Wir sind hier relativ weit am Rand. Versuchen wir jetzt die Stelle zu merken. Ja, so. Nach meinen Berechnungen wird das jetzt echt gut funktionieren. Nein, nein, nein! Was mach ich denn? Alter, was ich hier für Berechnungen mache, weil ich ein scheiß Toast bin. Ich bin dumm wie Brot. Das muss perfekt sein. Hier muss perfekt sein. Oh mein Gott. Ist es das? Ist es das? Ist es das? Kaukau! Kaukau! Bis zum nächsten Mal.